ist das denn kran die frage wie gehe ich am besten vor der schon mal tot und hat keiner gemerkt der ist auch tot ist noch keiner gemerkt der ist einfach ausgestiegen auch 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 so ist auch nicht so mehr war das an oder was habe ich war für zweimal ist auch bescheuert oder kommt auch nicht immer ein wo ja kommt ich will ein visier haben hilft ja alles nix ich weiß als eigenlob stinkt aber das habe ich doch jetzt mal gar nicht so schlecht gemacht revolver ne passt schon so Oh, ich krieg Besuch. Ich bin ja sonst nicht besonders der Schleicher, aber ich bin jetzt gerade... Ich habe keine Ahnung, wie sich hier eine Schießerei auswirkt. Ach ja, kommt mit euch. Ich helfe dir alles nächstes. Ich glaube, ich muss hier jetzt... Hö, hö, hallo? Hö, ich treffe ihn einfach nicht. Helpschut, Helpschut. Ach, die haben Helme auf. Ah, na super. Ach, komm, jetzt leck mich doch. Das ist immer... Ach, da wirst du... Die Verluste häufen sich. Das ist schon anhört. Wollen wir mal schauen. Hier kann ich nicht durch. Wo kann ich denn durch? Hier lang? Das sieht gut aus. Der ist dann wohl auch tot. Ah. Hö? Okay, das war jetzt nicht so elegant gelöst, aber Nee, nix, ich ergebe mich Oh Ah, scheiße, ich glaub, den hätt ich vielleicht mal leben lassen sollen Es gibt doch diese scheiß Karma-Punkte Na egal Man lebt, beziehungsweise man spielt nur einmal Obwohl ich mir vorstellen kann, dieses Spiel noch ein paar Mal öfter zu zacken, wenn ich irgendwann mal Bock drauf hab Oh, diese Spinnen Haha Das ist schon richtig geil gemacht Auf jeden Fall Ja, irgendwie hab ich ein bisschen schlechtes Gefühl bei diesem Typen Mal gucken Ach, so eine Überraschung Da haben wir ihn ja Das sieht nicht mehr so gut aus Ja, ich helfe dir, na klar Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunisten-Ratte Die werden wir schon beste Freunde, die beiden So, wollen wir mal retten gehen, ne? Hilft dir alles nix Der Tunnel ist sowieso nur eine One-Way-One-Direction-Pipeline Du, entweder auch ein Frick bist oder deine Mutter eine Note Du, du, komm schon, sag, meine Mutter ist eine Note Sag schon, du Und lassen bist du ein Frick, wenn deine Mutter Frickst zur Welt bringt Mach dir deine Mutter Witze Woah What the fuck, ich dachte, ich könnte jetzt einfach mal so locker Ach komm, scheiß drauf Woah Ich blinke schon rot, das ist auf jeden Fall Kein gutes Zeichen Gebt euch mehr Mühe Boah, komm schon Lockern, Hedger Wie bitte? Ich kann schon sagen Dafür lassen wir sie bezahlen Ey Dass sie sich auch immer genau dann bewegen müssen, wenn ich auf die schießen will Ist doch immer so, hilft alles nix Ey, bitte scheiß Helm Ich denke, okay, das war ein Hedgehard Ey, das gibt's doch nicht Ich hab' ne Stirnlampe und ich übersehe ihn trotzdem Ach, scheiße Oh, ich seh' grad, man hätte sich hier richtig gut langschleichen können Aber naja Shit happens Ja, wo? Wo bist du? Da hinten Da hinten war er So, was gibt's denn hier Schönes? Was soll ich machen? Du benutzt er da nur aus, um deine Verfügung zu haben Wurfwaffen auszuwählen Was hab' ich denn? Nehm' ich die Granaten oder die Messer? Ah, die Messer Oh Was war das denn noch? Hat er geschossen? Naja Ich hab' ja noch Munition Gibt's jetzt noch was? Ne Anscheinend nicht Ah, da hinten war aber noch ein Raum, oder? Super Super Hauptsache noch ein Nichtraucherzeichen auf der Toilette Hm Lecker Achtung Der Alarm gilt noch immer Die Eindringlichen sind noch auf freiem Fuß Bleiben Sie achtsam Alle verdächtigen Personen werden bei Sichtkontakt erschossen Machwechsel in einer halben Stunde Weißt du das gehört? Der Alarm gilt noch immer Du könntest wenigstens deine Waffe bereithalten Ich hatte meine Waffe in meiner Hose Werde du deine im Huf abgegeben hast Ah Platte Witze ohne Ende Ist ja noch schlimmer als ich Wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen Zwei St Ja, komm, dann kämpfen wir wieder ein bisschen Zwei 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 Okay, der ist tot. Boah, was steht denn der da auch noch? Was macht der denn da? Was? Ich brauche ein Verband. Leidenach! Tod, Töter am tötesten. Am gestorbensten. Wo sind denn die rechtlichen Leichen hier? Da war noch viel mehr. Da war noch viel mehr. Da bin ich blade. Ah, du wirst geplündert. Da war noch mehr. Du wirst geplündert. Da ist ja auch immer alle Schränke abgeschlossen sein müssen. Oh. Ja geil. Dann wollen wir mal weiter würde ich sagen. Was gibt's in der anderen Richtung? Na ja, wir hatten ja gerade einen Kontrollpunkt. Ich mach mal kurz einen Aufnahmestopp. Wir sehen uns später. Ich muss erst mal was essen. Ja.